Herzlich willkommen bei DWS Online. Mein Name ist Anna-Maria Skaraci-Kreitmeier und ich empfehle Ihnen das Seminar Geldwäscheprävention in der Steuerberaterkanzlei, weil wir alle Ihnen auferlegten Pflichten durch das GWG gemeinsam durchgehen werden und natürlich uns brandaktuell mit dem aktuellen Paragrafen 261 StGB befassen werden. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Seminar anklicken.